Also, was mir hier im Cross-Botsdam gefällt, ist die familiäre Atmosphäre zum einen. Zum anderen haben wir so eine bunte Mischung. Es gibt, man kann nicht sagen, es gibt nur die eine Gruppe oder die andere Gruppe. Wir haben ältere Leute, jüngere Leute, Mädchen, Jungs, alles mit dabei. Servus, hallo, ich bin der Peppe. Ich trainiere jetzt seit drei Jahren hier. Und ich muss sagen, ich komme hier immer gerne hin. Die Leute sind der Hammer, das Training ist super und einfach alles cool. Ich boxe hier bei Marc und schöne Kampfschule, nette Leute, macht Spaß zu trainieren. Also, ich finde es hier auch top, weil die Harmonie stimmt hier einfach. Jeder ist nett so ein. Wenn du noch nicht so gut bist, jeder hilft dir, gibt dir Tipps. Die Harmonie stimmt hier. Es macht immer Spaß, man lernt immer neue Leute kennen. Ja, es gefällt mir sehr gut. Wir arbeiten alle im Team, lernen im Team. Und es macht einfach Spaß hier. Wir haben auch eine Beziehung neben dem Training. Wir sind alle hüftig zueinander und es macht sehr Spaß. Wie lange machst du das schon? Jetzt schon seit ungefähr einem drei, vierten Jahr, ein halbes Jahr. Aber Top-Schule, das Beste, was man gegen das Altern tun kann. Beweglichkeit, Fitness, tolle Leute, super Trainer, alles tipptopp hier, echt spitze. Ich bin jetzt hier ein halbes Jahr und mir macht das auch hier sehr Spaß. Hier kann man auch Technik lernen, sehr gute Trainer sind hier auch. Und die Halle ist einfach gut und sehr groß und investiert auf die Leute. Hi, mein Name ist Seva. Ich mache Thai-Boxen und Boxen. Ich bin schon seit einem Jahr und drei Monate hier. Es gefällt mir sehr. Ich habe etwas gesucht, wo ich meinen alltäglichen Stress abbauen kann, was mich fördert, was das Mannsein in mir weckt. Und es macht einfach Spaß. Es ist eine super Atmosphäre. Jeder ist nett. Die Trainer nennen sich Zeit für einen. Wenn man Wettkämpfe machen möchte, wird man hier super vorbereitet. Und es ist einfach was für den Geist, für den Körper. Und es stärkt einfach den Kopf, die Disziplin. Ich kann nichts Besseres empfehlen. Das ist deswegen noch 10. Kaum Sport Schmidt. Also ich kann es nur empfehlen, bei Mark mal reinzuschneiden und in die Training zu machen. Ja, das ist wie eine große Familie oder Gemeinschaft. Das ist das Beste für nach der Arbeit, wenn man einen Ausgleich braucht. Also ich finde es hier genial. Und ich werde auch mein Leben lang weiterhin hier trainieren. Fällt dir auf jeden Fall weiter bei ewig. Ja, wir müssen wieder ins Zimmer gehen. Mark Schmid ist der einzige Klasse im Raum Stuttgart. Das Zimmer. Alles klar, ich muss zurück zu meinem Sohn, der trainiert hier auch mit. Es macht einfach Spaß jetzt.